Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 hier aus T-Game-Studio. Mein Name ist Master Schröder, bei uns ist die Dori. Hallo! Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich. So, wir sind fleißig beim Baumwollernten. Ja, wir haben gleich wieder einen Ballen fertig dürfen. Das ist gut. Für einen Auftrag, der angenommen wurde von der lieben Dori. Ich kann mir auch vorstellen, dass das Feld, warte mal, das könnte mich mal interessieren. Willst du mal kurz rausspringen, gucken, ob das Feld 100% gedüngt ist und so, oder? Ich fahr weiter. Okay, dann spring ich mal ganz kurz raus. Ich will das mal ganz kurz angucken hier. Ob das Feld denn? Nee, guck mal, das ist nicht mal 100% gedüngt, deswegen kriegen wir auch fast nichts runter hier. Okay. Also, da hättest du dann noch weitaus mehr Ertrag. Hm. Aber na gut, ist halt so. Gut, dann setzen wir uns wieder rein nach vorne. Das ist ja recht chillig hier, wenn man jetzt so drunter sitzt in dem Baumwolletag. Weil so, und wo waren wir stehen geblieben eben gerade? Was haben wir gerade gequatscht? Achso, hier wegen LKW-Fahrer und zugucken, ne? Ja. Und, na gut, also da gibt es halt eben eine Doku, wo das Frauen machen. Und es gibt ja auch jede Menge YouTube-Kanäle, die das dann zeigen, Fernfahrer halt, die dann ihren Alltag da filmen. Wie sie sich denn im Führerhaus aufregen über die unfähigen Autofahrer und sowas, ne? Und alles sowas. Das hast du denn ja ganz gerne mal. So, jetzt habe ich hier wieder so einen halben Reihen mit Stehen mit Baumwoll. Das ist auch nicht schön. Ich glaube, da fahre ich nochmal zurück. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich es jetzt hin kriege, dass ich die Reihe mal gerade mache. Aber, hm. Läuft schon nicht, wa? Ne, Pusteguchen. Ich bleibe in der Spur. Da hinten sehe ich schon wieder. Das nächste kommt auch nochmal so. Ja, wie habe ich denn jetzt schon? Ich habe schon 6.000 drunter jetzt. 20.000 ist ein Ball, ne? Ja. Ja, da habe ich ja noch ein bisschen zu tun. Aber ich habe mir hier eine Ecke rausgesucht. Ich denke mal, das sollte so in etwa die Hälfte gewesen sein zwischen uns beiden. Dass wenn ich das jetzt hier bis zum Ende mit durchziehe, dass wir da was ordentlich hinkriegen. Und dann können wir dann... Was hast du gesagt? 18.000 kriegen wir raus, ne? So, im Dreh müsste es 18.000 sein. Ja, plus vielleicht noch, wenn wir noch ein bisschen Baumwolle auch noch verkaufen können davon. Mal gucken. Ja, das wäre ja nicht schlecht. Wenn es noch übrig bleibt. Wenn man 20.000 oben drauf, ist okay. Ich glaube, so viel wird es dann doch nicht werden. Ne, ich meine insgesamt 20.000. Also 2.000 für die Baumwolle. Ich weiß ja nicht. Wir können ja auch mal so einen Rübenauftrag machen oder so. Dann können wir uns ein paar Rüben zur Seite legen. Was soll denn mal Schweine machen, dass wir ein paar Erdfrüchte haben? Also ich habe hier schon vor, eigentlich von jeder Tierart erstmal einen Stall zu haben. Und dann mal gucken, was so noch so geht. Hm. Weil ich glaube, wir können 16 Ställe bauen. 16? Insgesamt können wir 16 Ställe bauen, ja. Okay. Das ist viel. Ja, wenn du 16 große Pferdeställe hast, dann bist du Reitbildmesser. Eigentlich habe ich überlegt, dass man sich 10 Pferde anschaffen müsste. Dass man jeden Tag ein Pferd hat, das fertig wird. Hm. Dass du dann immer ein Pferd abgeben, eins neu holen. Dann hast du jeden Tag quasi den Gewinn, den du machst von einem Pferd als feste Einnahmen. Ab dem 10. Tag im Spiel. Und das ist dann schon nicht zu verachten. Wenn du damit dann planen kannst. Hm. Ich meine, okay, also wir müssen mal gucken. Also wenn wir morgen dann soweit sind, dass wir dann mal wirklich die zwei teuersten Pferdchen, die wir dann haben, mal gegenrechnen. Und ob wir dann hinkommen, dass wir dann die andere Parzelle schon kaufen können oder nicht. Hm. Also nur unter der Prämisse, dass wir sie dann noch instant kaufen können. Und sonst würde ich das nicht machen. Dann lasst du lieber noch ein paar Mal von uns reiten und so. So. Zack. Wieder am Ende eines Feldes angekommen. Dieses Fahrzeug ist für Lohner Beiträder wert. Ich weiß es doch. Ich bin doch hier Lohner. Mach doch Lohnarbeiten hier. Richtig brav, richtig fein. Hast du den Baumwollantrag ange... Ich hätte vorher mal gucken sollen, welche Aufträge da sind. Hätte ich vielleicht selber schon mal einen annehmen sollen. Irgendwas mit einem großen Mähdrescher oder so. Aber gut, es ist ja so, dass du von der Zeit her mal ganz gut entlohnt wirst. Obwohl mir so ein bisschen erzählt wurde, dass die Düngeaufträge auch sehr, sehr lukrativ sind. Echt? Ja, weil du relativ schnell durchkommst. Ja, aber du musst den Dünger nochmal extra kaufen. Ja, aber du kannst halt mehr, also relativ schnell die Aufträge abschließen. Wenn du jetzt düngen fährst, nimmst du einen Düngerstreuer, der große Reichweite hat, dann haust du den Dünger da drüber und dann ist gut. Und dann fährst du da, also bei dem Feld würdest du jetzt bloß 5, 6 Mal hoch und runter fahren und der Auftrag wäre fertig. Und hast dann vielleicht am Ende nur 3.000 gemacht, aber wenn wir bloß 5 Mal hoch und runter fahren und nicht wie hier mit dem Ding 25 waren. Ja, aber ich weiß nicht, also ich würde fast vermuten, dass die sich vom Preis her alle ähneln. Nur das halt natürlich mit längerem Zeitaufwand du auch mehr Geld kriegst. Nee, das ist also Ansehen und Grobern und Flügen ist, glaube ich, ganz schlecht bezahlt. Also das ist schon unterschiedlich. Also was den Zeitaufwand zum Geld geht. Aber den Vorteil bei Ernte ist halt, dass du dann noch ein bisschen was von dem Zeug überbehältst und dass du das dann für dich verkaufen kannst, ne? Richtig. In den meisten Fällen. Verdienst dann nochmal so 2, 3 extra Prozente. Mhm. Hast du schon wieder einen Ballen abgelegt, ja, ne? Ja, einen hab ich eben abgelegt. Schön. Also wir brauchen insgesamt noch mindestens 4 Ballen. Mhm. Gut, wenn ich meinen erst noch wieder durch habe, dann werde ich sowieso nochmal wieder abfahren. Mit deinen Ballen holen, den Ballen, den ich gelegt habe, dann... Mhm. Nehmen wir das hin. Jo. Gut, ähm, 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 ja. Wolltest du noch irgendwie? Nee, irgendwas hat man noch im Thema jetzt gerade offen? Nee. Hat nicht? Dann müssen wir jetzt aufmachen. Hast du noch ein schönes? Dann, ähm, schlag was vor. Ich soll uns vorschlagen? Nö, dann bin ich aber wieder losgemein und... Ach. Dann werde ich wieder... Dann werde ich wieder geärgert. Dann werde ich wieder geschlagen. Geschlagen? Ja. Ja, genau. Wie das denn? Ja, weiß ich nicht, wie du das ingrößt. Mhm. Ich glaube, es hackt. Was? Nee. Ich glaube, es hackt. Also, es ist bloß kalt draußen, es hackt nicht. Mhm. Alles wird aus Hacke gemacht. Ach, nee, oder? Oh, nee, was? Oh, nee. Aus Hacke, Peter? Ja. Wird... Genau, kacke spielt er. Richtig. Komm hier nicht mit Tofu, das finde ich voll doof, du. Tofu. Ja, das habe ich beim anderen Streamer, glaube ich, das mal hier, wo ich immer gesagt habe, der kommt da oben aus deiner Ecke. Ja. Ja. Der hat auch keine Ecke im Klassenzimmer. Und... Der hat das irgendwann mal gehabt als Follower-Sound oder Sub-Sound oder sowas. Hack, hack, alles wird aus Hacke gemacht. Da dachte ich, hey, was ist das denn? Habe ich da kurz nochmal nachgegoogelt, dachte ich, ach, nein. Das ist ja mal richtig schöner Blödsinn. Das ist wie bei Rado PSR von den Sachsen. Kennst du das? Nee. Was ist denn, äh... Was haben sie danach gemacht? Hör auf dem Mutti heißt das Lied. Hör auf dem Mutti. Das ist so... Das hat natürlich... Nee, sagt mir nichts. Dann kannst du mal nachgooglen. Hör auf dem Mutti. Und dann Radio PSR. Und... Das hat natürlich meine Tante meiner Mutter geschickt. Mhm. Das war natürlich so, ne... Das Krabb ist instant von meiner Mutter gekriegt. Hier, hier, hier. Hör ich mal, hör ich mal, hör ich mal. Das ist genau das richtige Lied. Der sagt, wie es ist. Und das ist so... Mhm. Ach, Mann. Na ja, Muttern. Der Schärfste war, wo sie im Livestream angerufen hat. Ja. Sie hat den Livestream geguckt. Sie hat ihn wirklich geguckt zu Hause. Und hat dann angerufen. Ja, macht doch Sinn. Ja. Bist du rangegangen? Ja. Oha. Hast du gekündigt, ne, oder? Ja, ja. Ja, ja. Boah, da habe ich vier Nummern weggeblockt von, ne? Jedes Mal. Ach hier, und wir haben doch ein Rückkehrangebot für sie. Wenn sie jetzt wieder... Ja, ja. Wenn sie jetzt wieder... Voll und alles und mit einsteigen und richtig toll und alles super. Und dann... Kriegen sie von uns noch ein Bonbon dazu. Wahaha. Boah, hier ist ein Schlagergang drin heute gerade. Also das zum Beispiel wäre ein Job, den ich nicht ausführen wollen würde. So Telefon-Terrorist. Ne. Also, ne. Ne, ich glaube, das stelle ich mir auch sehr, sehr schwierig vor. Vor allen Dingen, was die für einen Druck haben, ne? Also in den Core-Centers. Das ist ja... Die werden ja danach bezahlt, wie viele Verkäufe die machen. Mhm. Boah, ne. Kriegst du ein Grundgehalt von 600 Euro und dann kriegst du dann für jeden anvergraulten Kunden kriegst du dann nochmal 20 Euro extra. So. Und dann verdienen wir so viel, dass du dann über die Runden kommst. Mhm. Aber weißt du, dass du jeden Tag musst du mindestens 10 Mann übers Ohr hauen. Ja. Ne, also das wäre zum Beispiel gar kein Job für mich. Das wäre so, ne. Überhaupt nicht. Ne, das könnte ich auch nicht. Ne, wie gesagt, ich bin da mit meinem Informatiker. Ich bin da richtig zufrieden mit. Das ist der richtige Job. So. Und du willst ihn jetzt gleich essen, ne? Hast du gesagt. Ja. Bleibst du im TS? Kann ich machen. Außer du willst gleich ins Bett. Ich habe keine Ahnung, wie dein Plan ist. Ne, ich würde jetzt noch die Folgen hochladen und vielleicht eventuell so für ein, zwei noch... Also schon mal zu müssen, die Texte fertig machen. Ob ich die Phampen jetzt alle fertig mache, das glaube ich noch nicht, aber... Texte mache ich auf jeden Fall fertig noch. Da geht noch was. So. Wie spät ist das überhaupt? Gleich 20 nach 9. 20 nach 9. Na gut, bis um 10 hätte ich es sowieso gemacht. Oh, jetzt ist die Escape-Klasse. Das wollte ich gar nicht. Das merke ich mal, wenn du Escape drückst. Oh, jetzt habe ich Tab gedrückt. Das bin ich aus dem Ding rausgefallen hier. Mann. Leckt es oder wie? Hm, dann bleibt es stehen. Okay. Für so ein, zwei Sekunden. Sekunden gleich? Ja, ja. Okay. Das ist natürlich hart. Also ich kann jetzt nicht mal irgendwie einfach so mal Escape drücken und dann da... Das ist auch noch mit. Hm. Da habe ich mir auch ordentlich verfahren hier wieder. Mann, Mann, Mann. Sieet. Auch rückwärts mal mit dem Ding ist aber auch nicht schön. Nee, das stimmt. Nee, dann können wir noch ein bisschen quatschen, so. Das... Hm. Finde ich wieder schlimm. Ich werde wahrscheinlich auch noch was essen. Ich kriege nämlich schon wieder Hunger. Ja, ich habe mittlerweile auch echt Hunger. Ich ist aber auch wieder bloß hier diese Gärsten-Kaltschale dran schuld, ne? Ja. Wieder Hunger kriege. Stimmt. Und ich muss schon wieder für kleine Mädchen. Ach nee. Für kleine Pharmamedchen, ja? Ja. Alle zwei Folgen, weiß Bescheid. Ja. Ein guter Rhythmus. Mhm. Und ordentlich durchgespült. Ja. Die Nieren funktionieren. Läuft. Ach ja. Hast du denn so ein konformanten Bläschen? Wenn es so ein Bier geht, ja. Okay. Ja, wenn du da einmal warst, dann ist es vorbei. Okay, das ist auch so, ja? Also wenn du einmal angefangen hast mit Laufen, dann brengst du. Das erste Mal musst du, solange du kannst, zurückhalten. Ja. Weil ab da geht es steil bergab. Ja. Am besten einen kleinen Knot nehmen. Ja. Oder am besten gleich auf dem Floor sitzen bleiben. Ohne Maßnahme. Hast ein Bier hinstellen, fertig. Weiß nicht, ob das so Appetit-Di ist. Na ja. Na gut, wenn du einen halben Kasten weg hast, das ist dir das nachher irgendwann auch interessant. Egal, aber... Nee, aber das ist bei mir immer so. Sobald ich einmal mit einem kleinen Mädchen gewesen bin, ist es vorbei. Dann kann ich alle zehn Minuten gefühlt gehen. Okay. Ich weiß nicht, warum das so ist. Hm. Musst du mal einen Granofink nehmen oder so? Gibt dafür bestimmt irgendeine medizinische Erklärung. Ja. Kommt vom Mund ein Bläschen. Nee, hab ich sonst ja auch nicht. Ja, nicht nur mir so. Dass wenn sie Bier trinken, ist sie dauernd aufgelöst. Ja, das stimmt. Große Nachfrage bei Sägewerk? Ja. Es gibt ab und zu große Nachfragen. Dann ist quasi eine Multiplikate auf dem Preis drauf. Ich hab sogar schon die Datei gefunden, wo das drunter steht. Hä? Im Safe Game. Also wo die Preise alles und sowas, die ganzen Faktoren drunter stehen. Ach, kannst du ändern, ja? Ja, ja. Ja, theoretisch kannst du dir alles ransheaten. Also, das ist ja alles in JSON-Dateien bzw. XML-Dateien geschrieben. Ja, das machen sie heutzutage oder so. Da gehen sie ja richtig drauf ab auf sowas. Nicht so wie früher, wo das alles irgendwo festgecodet war oder so. Hm. Dass es da irgendwo feste Zahlen gab, wo zwischen die das ausgerechnet haben. Nö, das wird alles schön abgelegt. In so einer JSON-Datei. Das wirst du aber auch bei der Unity-Engine sehr gerne sehen oder sehr häufig sehen, wenn du da mich dich mit auseinandersetzt. Die arbeiten nämlich auch sehr gerne mit JSON und XMLs. Obwohl die XMLs mittlerweile schon wieder ein bisschen outdated sind. Also, ich meine, jetzt momentan ist JSON ganz doll in... Kann man machen. Mir gleich. Aber... Ja. Also, ich persönlich bin immer noch ein ganz großer Fan von Datenbanken. Daten gehören in Datenbanken. Da kommt nicht jeder dran. Mhm. Da kann man das schön absichern alles und dann kann man auch da alles gut ablegen und strukturiert ablegen. Da kann man das in JSON-Dateien auch machen, weil das alles in einzelnen Segmenten eingeteilt ist und so. Aber ich weiß nicht. Irgendwie komme ich da nicht so... Das bin ich wahrscheinlich schon wieder zu alt für. Deswegen mache ich lieber mal irgendeine Entwicklung, wo ich maschinennah entwickle und nicht... ...so was Kompliziertes wie ein Spiel oder so. Obwohl ich da echt Bock zu hätte. Also, ich muss ja auch sagen, ich hätte echt Bock dazu, mit diesem Spiel zu... Äh, mit diesem Spiel, sag ich ja. Mit diesem Buch zusammen... ...ähm... ...quasi YouTube-Videos zu machen über die Entwicklung, wie... ...ich beim Programmieren weiterkomme und da was programmiere und... ...nebenbei sozusagen ein Spiel entsteht. Irgendwas Kleines. Also, dass du einfach einen Kaiser nachprogrammierst oder so, ne? Irgend so was... ...kitzekleines halt. Was jetzt nicht so den Mega-Aufwand ist, wo du dann auch abschätzen kannst, okay, das... ...das kriegst du hin, wenn du die grundsätzlichen Dinge da programmiert hast, dass es dann einfach läuft und... ...ja, dass natürlich mehrere Formulare durchkommst und ein anderes Hintergrundbild mal machst und dies und das. Also, so erst auch wirklich rudimentär erst mal nur. ...so ein Spielentwickler-Zeit, ne? Naja. Und dann kannst du dich ja steigern, dann kannst du ja sagen, okay, du möchtest es grafisch aufbohren. Dann gehst du halt eben drüber, dass du dann halt irgendeine Engine dazu nimmst, wo du die Grafiken einbaust. Wobei ich auch sagen muss, dass du das mit den ganzen Assets und was nicht alles, was du da alles bauen kannst... ...in diesen Graf... ...in diesen... Also, ich hab ja mich... ...bewusst gegen Unity entschieden. Äh, und... ...das kannte ich, ob die Unity, ob C++ kannst, ob ich da Quatsch erzielt habe, wo das bloß mit C-Sharp geht. Ich hab keine Ahnung. Und hab mich, ich hab mich bewusst... Aber C-Sharp hab ich, glaub ich, schon mal gehört in dem Video. Ja. Äh, ich hab mich bewusst für die Unreal Engine entschieden. Weil ich die von der Handhabung und von dem, ähm, sagen wir mal... ...die Engines schleppen einen ganz schönen Overhead an Code mit. Äh, also so zusätzlichen Code, den du einfach nur brauchst, weil du die Engine benutzt. Und, ähm... Ja, das ist dann halt eben, da wird... ...das Spiel riesengroß und da wird ein Haufen Zeug in RAM geladen, den du eigentlich gar nicht brauchst. Mhm. Ja? Weil, heutzutage ist doch scheißegal, ne? Das siehst du dann zum Beispiel bei Cookin Simulator, das ist auch mit Unity gemacht. Ja. Das Spiel. Und da siehst du einfach, ähm, dass die das kein Stück optimiert haben, nichts. Also, es ist wirklich, die Hardware ist immer am oberen Limit am, am Arbeiten, ähm, für so ein Spiel. Gut, es sieht einigermaßen gut aus. Ja, das stimmt. Ne? Also... Das muss man sagen. Also, sie haben sich, sie geben sich auch Mühe dabei, aber wenn du die Dinge zu klein schneidest, sonst irgendwas dann überforderst du die Engine einfach, ne? Also, das wirst du dann sehen in dem Video, was am, äh, Dienstag kommt, also morgen. Mhm. Und da muss ich, da mach ich, ähm, Schweinelände mit rote Beete und Möhrchen. Ja. Und ich schneid die Möhrchen so klein und die Schweinelände und so, dass er das nicht mehr einzeln berechnen kann. Da fallen mir Teile durch den Teller durch. Hahaha. Und dann fällt der Teller runter und dann kann ich nachher bloß noch ein Stück von dieser Schweinelände anfassen und die anderen, die sind alle irgendwo verbackt und so, ne? Also, das Gericht krieg ich halt einfach nicht fertig. Okay, das ist doof. Ja. Also, das ist ein, aber gut, wie gesagt, der letzte Patch muss ich nicht mehr so machen. Muss ich sagen, da ist auch sehr, sehr viel Inhalt wieder rausgekommen. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ich krieg keine Patchnotes, also ich kann da auch nicht nachlesen, was sie da machen oder was sie sich da vorstellen. Bin ich auch schade. Ich dachte wenigstens, dass sie da, dann wenigstens ein Patchnotes raushauen, wenn sie schon ein Patch rausbringen. Aber, ist halt nicht. Naja, gut. Man muss ja nicht mit den Leuten reden. Das ist ja, ne? Nö, warum, denn das ist ja albern. Also, Menschen sind ja eh generell erstmal schon, ne? Und warum dann auch noch kommunizieren damit? Na, da kannst du ja gleich auch sagen, so, nö. Ich kaufe mir einen Strick und er schießt mich. Ja, die Folge ändert sich wieder dem Ende. Die Folge, warte mal. Ändert sich dem Ende? Nähert sich. Achso. Äh, Nummer eins übrigens. Was? Nummer eins übrigens. Nummer eins was? Ich habe das erste Mal das Mikrofon geboxt heute. Ah, ich verstehe. Ja, ich habe es jetzt echt schon oft hingekriegt, auch durchaus ganze Folgen ohne zu boxen. Also, heute auch. Ist ja die, was ist die sechste Folge jetzt, ne? Wenn du das sagst, ich habe den Überblick verloren. Ja, wenn du jede zweite Folge quasi pipi'n musst, du willst jetzt zum dritten Mal pipi'n gehen. Wie viele Folgen haben wir dann? Sechs. Ah, na gucke, mit Mathe klappt es doch noch. Na, bei der einen nicht sicher, ob er jetzt ein oder zwei Folgen dazwischen lag. Egal. Naja, werden wir sehen. Alles klar, werden wir ja am Ende sehen und was hochladen, wie viele Folgen wir haben. Ähm, generell wünsche ich aber euch allen dann einen, warte mal, was soll ich mal erzählen? Ach Gott, das ist mir sehr schnell in der nächsten Woche. Dienstag ist ja heute, wenn das die sechste Folge ist. Hm. Eih, die wird es gar nicht. Na ja, gut. Dann bist du ja schon quasi, also, dann bist du jetzt, wo die Folge läuft, jünger, als wenn du die Folge, also, ne, jetzt, wo du die Folge aufnimmst. Jetzt, wo ich die Folge aufnehme, bin ich jünger, als wenn die Folge rauskommt. Wenn du guckst, ja. Ob das Zeitreise schon ist? Vielleicht. Nicht? Man weiß es nicht. Nee. Ein Mysterium. Wir werden es auch nicht mehr auflösen können, denn die Folge ist leider zu Ende. Das war eine Runde LS19 hier aus D-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder. Ich brauche nicht mehr viel, dann ist auch meine Baumwolle fertig. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Die Dori war bei uns. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like gelassen und ein Abo. Ich würde mich riesig drüber freuen. Bis denn. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.